Herzlich Willkommen! Ich möchte Ihnen kurz erzählen, was Sie in diesem Modul über Datensicherheit erwartet. Die Sicherheit von Informationen spielt in den meisten Unternehmen eine wichtige Rolle. Entsprechende Managementsysteme haben daher eine wesentliche Bedeutung und werden über diverse Standards und die Anbindung an ITIL-Verfahren hinaus stetig weiter formalisiert, optimiert und angepasst. Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen zu Informationssicherheitsmanagementsystemen, kurz ISMS, und dem IT-Grundschutz gemäß dem BSI-Standard 101. Um dieses Modul erfolgreich bearbeiten zu können, sind keine Vorkenntnisse notwendig. In dieser ersten Lerneinheit lernen Sie die grundlegenden Werte der Informationssicherheit sowie die Standards der International Organization for Standardization und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik kennen. Nach dieser Lerneinheit sind Sie in der Lage, die grundlegenden Werte der Informationssicherheit zu benennen, den Unterschied zwischen Informationssicherheit und IT-Sicherheit zu beschreiben, die wichtigsten Standards zur Umsetzung von Informationssicherheit und ihre Inhalte zu benennen, und den Unterschied zwischen den Standards von ISO und BSI zu beschreiben. Für die vollständige Bearbeitung dieser Lerneinheit werden Sie circa 15 Minuten benötigen. Der Schutz sämtlicher Informationen eines Unternehmens wird Informationssicherheit genannt. Dabei ist es unerheblich, in welcher Form diese Informationen vorliegen. Damit umfasst die Informationssicherheit mehr als die bloße IT-Sicherheit. Die IT-Sicherheit bezeichnet den Schutz von Informationen, die in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen gespeichert oder mit diesen übertragen werden. Für die Informationssicherheit existieren einige Grundwerte, die Wikipedia wie folgt beschreibt. Vertraulichkeit der Informationen bedeutet, dass die Daten ausschließlich von den Personen gelesen oder modifiziert werden dürfen, die dafür autorisiert sind. Die Vertraulichkeit ist sowohl beim Zugriff auf die Informationen wie auch bei deren Übertragung zu gewährleisten. Die Integrität der Daten muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Das bedeutet, dass die Daten nicht unbemerkt verändert werden dürfen. Alle Änderungen der Daten müssen nachvollziehbar bleiben. Verfügbarkeit der Informationen bedeutet, dass auf diese innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zugegriffen werden kann. Authentizität meint, dass die Echtheit von Informationen nachprüfbar sein muss. Nichtabstreitbarkeit bedeutet, dass die Informationen eindeutig bestimmten Personen zuzuordnen sind. Bei Schriftstücken geschieht das in der Regel durch Unterschriften, Siegel oder notarielle Beglaubigung. Für digitale Informationen werden hierfür häufig elektronische Signaturen verwendet. Die Standards zur Informationssicherheit werden von einer internationalen Normungsstelle vorgegeben. Dies ist die International Organization for Standardization, kurz ISO. Dort werden die Standards einer Normenreihe zugeordnet, deren Nummernkreis 2700X mit 27000 beginnt. Die fünf wichtigsten Standards dabei sind ISO 27000 gibt einen Überblick über die Prinzipien, Konzepte, Definitionen und Begriffe von Managementsystemen für Informationssicherheit, kurz ISMS. Damit beschreibt dieser Standard den Rahmen, in welchen sich die übrigen Standards dieser Reihe einordnen. Der Standard ISO 27001 enthält Empfehlungen zur Einführung, dem Betrieb und der Verbesserung eines ISMS. Hilfen zur praktischen Umsetzung enthält er nicht. Er kann zur Durchführung einer Zertifizierung für ein ISMS genutzt werden. Mit ISO 27002 wird ein Rahmenwerk beschrieben, das die erforderlichen Schritte enthält, um ein Sicherheitsmanagement aufzubauen und im Unternehmen zu verankern. Zu einem ISMS gehört immer auch das Management von Risiken. ISO 27005 liefert dafür grundlegende Empfehlungen. Eine konkrete Methode für das Risikomanagement wird allerdings nicht vorgegeben. Der Standard ISO 27006 definiert die Anforderungen für die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für ISMS. Weiterhin befasst er sich mit den Zertifizierungsprozessen. Die Standards der ISO befassen sich eher auf theoretischer Ebene mit der Informationssicherheit. Ergänzend dazu hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, vier Standards herausgegeben. Diese bieten konkrete Hilfestellungen zur praktischen Umsetzung für den Bereich der IT. Das BSI nennt das zugrunde liegende Konzept IT-Grundschutz. Der Standard BSI 101 beschreibt Anforderungen, die an ein ISMS gestellt werden. Er ist dabei kompatibel zum ISO-Standard 27001. Die Inhalte der ISO-Standards 27000 und 27002 werden ebenfalls berücksichtigt. BSI 101 ist eine systematische Anleitung, die unabhängig von der Methode ist, mit der das ISMS umgesetzt werden soll. Dieser Kurs orientiert sich an den Inhalten dieses Standards. Der Standard BSI 102 legt eine Vorgehensweise für die Umsetzung von IT-Grundschutz fest. Er beschreibt schrittweise, wie ein ISMS aufgebaut und betrieben wird. Schwerpunkte dabei sind die Erstellung und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts sowie die Auswahl der passenden Sicherheitsmaßnahmen. Weiterhin stellt er dar, wie Informationssicherheit im laufenden Betrieb aufrechterhalten werden kann. Mit dem Standard BSI 103 wird eine Methodik für die Risikoanalyse im Rahmen eines ISMS vorgestellt. Sie setzt darauf auf, dass im Unternehmen bereits IT-Grundschutz nach BSI 102 eingeführt wurde. Der Standard BSI 104 geht von derselben Voraussetzung aus. Die mit diesem Standard vorgestellte eingeführte Methodik dient der Einführung und dem Betrieb eines unternehmensweiten Notfallmanagementsystems. Das BSI bietet eine eigene Zertifizierung für ISMS an. Diese umfasst unter anderem eine Zertifizierung nach ISO 27001. Allerdings geht die Zertifizierung des BSI darüber hinaus. So wird zusätzlich auch die konkrete technische Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß IT-Grundschutz überprüft. Zusätzlich zu den Standards bietet das BSI IT-Grundschutzkataloge an, die neben dem Standard BSI 102 die Basis der Umsetzung des IT-Grundschutzes bilden. Die IT-Grundschutzkataloge sind modular aufgebaut. Dabei enthalten sie Bausteine für alle typischen Prozesse, Anwendungen und IT-Komponenten. Diese Bausteine wiederum beschreiben die jeweils wesentlichen Gefährdungen und empfehlen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Jedes Unternehmen kann sich bei der Umsetzung von IT-Grundschutz an den relevanten Bausteinen aus den Katalogen bedienen. Das BSI aktualisiert die IT-Grundschutzkataloge regelmäßig. Sie können als lose Blattsammlung sowie digital auf Datenträger oder über das Internet bezogen werden. Zur Unterstützung der Umsetzung von IT-Grundschutz existieren diverse Softwarepakete. Diese sind teils kostenpflichtig, teils kostenlos erhältlich. Die kostenlose Software Veriness basiert auf der Eclipse Rich Client Plattform. Die digitale Version der IT-Grundschutzkataloge kann in der Regel in diese Softwarepakete importiert werden. Schön, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Weiter geht es mit der nächsten Lerneinheit, in der Sie den grundlegenden Aufbau und die Bestandteile des Informationssicherheitsprozesses kennenlernen. Das heißt, Sie müssen die Bestandteile des Informationssicherheitsprozesses kennenlernen. Das heißt, Sie müssen die Bestandteile des Informationsprozesses kennenlernen. Das heißt, Sie müssen die Bestandteile des Informationsprozesses kennenlernen. Sie müssen die Bestandteile des Informationsprozesses kennenlernen.